Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Ja, heute geht es um N23, um das Softwareverteilungssystem, was sich jetzt schon seit sehr vielen Jahren entwickle. Und jetzt gerade ist die neue Version 22.1 rausgekommen, ungefähr nach so einem Jahr seit der letzten Version. Und wir schauen uns das mal an, was da so Neues gibt. Ja, was ist jetzt neu bzw. was ist neu und was könnt ihr direkt sehen? Auf der Seite der M23-Client-Distribution ist jetzt das neue Ubuntu 22.04, Jemmy Jellyfish dazu gekommen. Und dabei sind sechs vorkonfigurierte Desktop-Umgebungen, die ihr halt sofort nutzen könnt. Dann ja noch ein kleines Update auf der Linux Mint-Seite mit 20.3. UNA ist jetzt auch eine neue Version von Linux Mint dazu gekommen. Dort gibt es typischerweise immer drei vorkonfigurierte Desktop-Umgebungen. Und so ist es halt dieses Mal auch. Auf der Server-Seite hat sich auch eine Menge getan. Debian 11, das Bullseye, ist jetzt verfügbar für alle M23-Server-Plattformen, also für x86-PC in i386, also 32-Bit. AMD 64 ist halt die 64-Bit-Variante, auch wenn ihr Intel verwendet. Dann gibt es jetzt neu ARM64 und auch weiterhin das M23-Installations-ISO. Neben der Server-Seite gibt es auch Boot-Medien für M23-Clients zum Beispiel. Da gibt es ein ISO, damit ihr die Installationen machen könnt. Oder PXE-Image oder eben auch schon das angesprochene M23-Server-Installations-ISO. Die basieren jetzt eben alle auf Debian 11. Und der Kernel hat sich eben auch nochmal ein bisschen aktualisiert. Ich habe da jetzt den 15-113. Ja, und dann gibt es sehr, sehr viele Verbesserungen unter der Haube, die ihr wahrscheinlich nicht merken werdet. Vielleicht werdet ihr sehen, dass das eine oder andere ein bisschen flüssiger läuft. Dass es vielleicht an einigen Stellen, wo euch was aufgefallen sein sollte, dass es dort eben ja keine Probleme mehr gibt. Das ist die Kategorie Fehlerkorrekturen. Gucken wir nochmal ein bisschen genauer, was es gibt. Wenn ihr jetzt M23-Clients mit dem neuen Ubuntu 22.04 installiert, dann habt ihr eben die Möglichkeit oder vielmehr die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Desktop-Umgebungen. Da gibt es zum einen Mate und eine Minimalinstallation von Mate, wo wirklich bloß die Programme bei sind, damit der Desktop startet, aber eben keine zusätzlichen Programme. Dann gibt es den Ubuntu-Desktop, der eben auf GNOME basiert. Ich glaube, GNOME 3 ist jetzt falsch, das ist GNOME 4. Und dann haben wir LX-Cute, Budgie, KDE, XFCE. Und wenn ihr aus Ubuntu einen Server machen wollt, also keine grafische Oberfläche installieren möchtet, habt ihr eben die Möglichkeit, den im Textmodus zu installieren. Oder wenn ihr irgendwas anderes installieren wollt, was zwar XORG als Unterbau braucht, aber keinen der vorher genannten Desktops, dann könnt ihr eben auch bloß XORG installieren und das Ganze eben über M23. Dann kleiner Wermutstropfen für den einen oder anderen. Ja, M23 entfernt SnapD jetzt nicht mehr, denn es gibt einige Software-Pakete, die durch Canonical bloß noch als Snap-Paket angeboten werden, nicht mehr als normales Debian-Paket. Zum Beispiel Firefox ist mit dabei. Ein anderes Beispiel dafür wäre Chromium, anderer Browser. Den gibt es eben auch bloß noch als Snap und einige andere Software. Also wenn Linux Mint da selbst Pakete baut, werden die sich höchstwahrscheinlich auch unter Ubuntu 22.04 installieren lassen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht Pakete aus Linux Mint optional rübernehme, so dass ihr wieder ein Snap-freies Ubuntu habt. Ist natürlich immer die Frage, wer das will, kann das dann natürlich machen und vielleicht macht das auch mehr Sinn, gleich auf Linux Mint zu gehen, wenn das für euch ein Thema ist. Ansonsten, wenn ihr mit Snap keine Probleme habt, dann seid ihr da jetzt schon gut aufgehoben. Dann könnt ihr als neu zusätzliche Client-Distribution auch noch Linux Mint 20.2 installieren. Das basiert allerdings noch auf dem Ubuntu 20.04. Dabei habt ihr wieder typisch diese Mint-Desktops, also Mate, Cinnamon und XFCE. Die sehen alle relativ ähnlich aus. Das ist auch Sinn der Sache bei Linux Mint. Und ihr könnt natürlich auch wieder nur den Text-Modus oder nur X-Org installieren auf euren M23-Clients. So, das quasi heute Einzige, was ich so ein bisschen vorführen kann, ist die M23-Oberfläche. Ich habe einen Client hinzugefügt. Der hat im Hintergrund seine Hardware-Erkennung gemacht und hat die Informationen an den M23-Server zurückgeschickt. Jetzt kann ich den Rechner einrichten. Dann ist er hier in der Kategorie unter Clients und Einrichten. Der heißt jetzt mal Jemmy, weil ich da drauf ein Jemmy Jellyfish installieren möchte. Dann gehe ich auf Einrichten. Im Moment ist da eben eine leere virtuelle Festplatte drin. Da sage ich hier einfach Schema automatisch partitionieren, anwenden. Und dann habe ich hier so ein, zwei Partitionslayout. Eins für Betriebssysteme und Daten und eins für Swap. Dann als nächstes gehe ich dann weiter zur Auswahl meiner Distribution. Und da kommen wir zu dem quasi einzig Neuen, was es jetzt so gibt. Oder vielmehr, es gibt zwei Neue. Ihr könnt jetzt auswählen Linux Mint 20.3 Una. Oder ihr könnt eben Ubuntu Jemmy auswählen. Denn das ist quasi das, was man jetzt überhaupt in dieser Version sieht, dass es neu ist. Mal abgesehen von vielleicht der Versionsnummer und der Patchnummer. Und der Rest ist alles unter der Haube. Ist irgendwie ja auch, ja, irgendwie schade, dass man es nicht sieht. Also, was da alles vor Arbeit drin steckt. Wenn ich jetzt ein Schreiner wäre und einen Stuhl gemacht habe, stelle ich mir den Stuhl hin, habe ich einen Stuhl gemacht, kann man sofort ansehen, sieht man sofort, was ich geleistet habe. Aber hier so im Hintergrund diese ganzen Details. Ja, ja, ist irgendwie schade, aber das gehört dazu. Ja, und da haben wir eben die verschiedenen Desktops, die jetzt unter dem neuen Ubuntu 22.04 gibt. Eben reiner X-Modus oder nur Text-Modus. Ja, mehr gibt es leider auch nicht zu sehen. Ja, das sind jetzt erst mal so die offensichtlichen Dinge. Viele Sachen sind unter der Haube passiert. Sehr, sehr viele Verbesserungen. Ein paar Sachen habe ich jetzt nochmal rausgezogen dafür, die man vielleicht so ein bisschen sieht oder die den einen oder anderen vielleicht doch interessieren. Als ein größeres Thema dabei ist, dass M23 bzw. die Quellcode-Verwaltung jetzt auf GitLab umgezogen ist. Vorher gab es ja bei SourceForge was, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde von mir. Dann habe ich GitHub eine Zeit lang probiert, aber mehr oder weniger so als Release-Plattform benutzt und nicht so wirklich aktiv verwendet. Und das Ganze ist jetzt eben auf GitLab umgezogen. Dort haben wir zwei verschiedene Repos. Wir haben einmal das M23-Repo da drin. Wenn ihr drauf geht auf die Folien, seht ihr eben auch die Links dazu. Und da sind die Web-Oberfläche, die Script-Generierung und vieles anderes mehr drin. Also quasi das, womit ihr so normalerweise in Berührung kommt, wenn ihr ein M23-System administriert. Dann gibt es das MDK, das M23-Development-Kit. Damit kommt ihr wahrscheinlich niemals in Berührung, denn da sind die Entwicklungswerkzeuge drin, mit denen ihr zum Beispiel neue Netzwerk-Boot-Images bauen könnt. Damit könnt ihr neuen Kernel bauen, damit könnt ihr so ein M23-Server-Installations-ISO bauen und vieles andere mehr. Das liegt jetzt in zwei verschiedenen Repos auf GitLab. Und wenn ihr jetzt irgendwelche tollen Sachen für M23 entwickelt habt, dann könnt ihr mir die auch darüber zur Verfügung stellen. Dann gucke ich mir das an und je nachdem, ob das sinnvoll ist oder nicht, wird das denn auch in eine offizielle M23-Version einfließen, dann merge ich das. Bei den nächsten beiden Punkten handelt es hier um Funktionen, die innerhalb von einem Kundenprojekt entstanden sind, die ich entworfen habe und die aufgrund der Lizenzierung von M23, eben GPL V3, in das offizielle M23 übernommen werden. Das erste ist ein Skript, was Einstellungen von eurem aktuellen M23-Server nimmt, die ihr alle zusammensucht und ein Paket rausbaut. Und dieses Paket könnt ihr dann auf einem anderen M23-Server wiederum installieren und damit diese Einstellung importieren. Da sind zum Beispiel die Paketzusammenstellungen mit bei, wenn ihr irgendwelche zusätzlichen Paketquellenlisten erstellt habt, dann sind die eben auch mit dabei. Oder wenn ihr auf eurem Original M23-Server zusätzliche Pakete gebaut habt, dann werden die eben auch in dieses Paket übernommen und können dort auf einer anderen Maschine wiederum importiert werden und habt ihr quasi selben Stand dabei. Dann ja sehr viele Detailverbesserungen im Zusammenspiel von M23 und FRIIPA. Ich habe auf meiner Liste für ein Video auch so ein paar Dinge drauf, so ein paar Ungereimtheiten, die mir bei FRIIPA aufgefallen sind, beziehungsweise Stolpersteine. Und da wird es irgendwann wahrscheinlich nochmal ein Video zu geben, damit euch das auch nochmal so einen Blick hinter die Kulissen bietet, sodass ihr vielleicht diese Stolperstellen nicht selbst... verwendet, um darüber zu stolpern. Neben diesen ganzen Anpassungen, Detailverbesserungen, möchte ich noch eine Sache hervorheben. Die M23-Clients, die mit FRIIPA verknüpft werden, bekommen jetzt automatisch ein Client-Zertifikat. Das werden wir wahrscheinlich in dem Projekt benutzen, um Client-Authentifizierung über Radius zu machen. Also das ist so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Müssen wir mal gucken, wie sich das genau umsetzen lässt. Aber ihr könnt das eben auch für andere Dinge halt schon mitverwenden. Dann eine weitere Sache, die ja wieder Anpassungsbedarf hatte, ist M23-Auto-Test. Das ist so ein Framework, mit dem ich automatisiert M23-Funktionen teste. Da wird ein M23-Server automatisch installiert. Dann wird so ein Administrator quasi simuliert. Der klickt, simuliert sich durch die M23-Oberfläche, legt neue M23-Clients an. Das sind virtuelle Maschinen, die werden installiert. Dann wird geguckt, ob das alles geklappt hat. Dann wird an einigen Stellen überprüft, ob jetzt ein gewünschter Status erreicht ist oder auch nicht. Dann gibt es halt Fehlermeldungen oder Erfolgsmeldungen, je nachdem. Und das Ganze funktioniert jetzt eben auch mit Debian 11 auf der Server-Seite. Neue Server-Plattform und das Ganze in 32 und 64-Bit. Und natürlich gab es eben für das neue Ubuntu 22.04 auch wiederum weitere Tests. Also das sind so Testfälle, die immer so ein bisschen angepasst werden müssten an die jeweilige neue Distribution. Und das ist halt dieses Mal wieder geschehen. Dann auch ein wichtiger Punkt, die Entwickler-Dokumentation. Also überwiegend, ja, ist es dieses Mal wirklich Entwickler-Dokumentation, die ich überarbeitet habe, eben an aktuellen Versionen stand und ein paar Sachen, die sich halt geändert haben, wie eben diese Änderung auf GitLab. Da hat sich wieder intern ein bisschen was geändert und so. Von daher hat sich das geändert. Auf der Benutzer-Seite, auf der Administrations-Seite, also das, was ihr höchstwahrscheinlich machen werdet, gab es dieses Mal nicht so viel. Das ist eigentlich immer ganz schön. Da muss man weniger übersetzen, muss man sich weniger Texte ausdenken, weniger Screenshots machen und so weiter und so fort. Von daher, ja, dieses Mal eben überwiegend Entwickler-Dokumentation. Und das ist wichtig, dass man Dinge dokumentiert und auch so ein bisschen stressfreier. Dann gab es auch noch sehr viele Code-Verbesserungen, von denen ihr wahrscheinlich nie was mitkriegen werdet. Die Syntax wurde jetzt auf die PHP-Version 7.4 aktualisiert. Das ist die Version, die bei dem Debian 11 mit dabei ist. Dabei wurden eben sehr viele Dinge angepasst, die sich jetzt in Version 7.4 geändert haben. Also es gibt quasi Funktionen, die schon mal markiert sind, als demnächst wird es die nicht mehr geben. Oder diese Syntax-Variante wird in Zukunft halt als veraltet gelten. Und solche Sachen, die habe ich denn da schon mal alle mitgemacht, damit wir da insofern auch so ein bisschen zukunftssicherer werden. Bei PHP 8.0 muss ich mal gucken. Das ist im Moment jetzt noch kein Thema, weil es das unter Debian so noch nicht gibt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal, geht schon mal in die richtige Richtung. Dabei waren solche Sachen wie aus geschweiften Klammern, werden jetzt eckige Klammern, wenn man auf Buchstaben von einem String zugreifen möchte. Oder ich habe eben auch alten Code mal entfernt. Da waren Dinge drin, die heutzutage wirklich überhaupt keine Relevanz mehr haben. Zum Beispiel so ein Workaround für Debian 3.0, das ist wirklich schon lange her. Den habe ich mal rausgeschmissen. Oder dass der KDE 3 Startbildschirm auch unter KDE irgendwas heutzutage installiert wird. Und wirklich viele, viele weitere Detailverbesserungen sind da drin. Aber ihr werdet dafür höchstwahrscheinlich nichts mitkriegen. Aber Codepflege muss man hin und wieder mal machen. Ja, und das habe ich dieses Mal getan. Steht hier zwar nicht auf der Liste, aber bei MariaDB gab es auch ein paar Anpassungen an den Tabellen und Datenbanken. Also das sind solche Sachen im Hintergrund. Das sieht man nicht. Das verbraucht aber unglaublich viel Zeit. Und wenn euch das interessieren sollte, dann könnt ihr auch einmal das Changelog euch angucken. Also wirklich diese ganzen Dinge, die ich jetzt innerhalb von dem knapp ein Jahr gemacht habe, die stehen dann nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt drin. Auf Englisch und teilweise wahrscheinlich auch so kryptisch, dass ihr das nicht unbedingt, ja, nicht alles versteht. Aber das ist halt so Entwickler-Changelog. Nochmal ein kleiner Blick auf die Server-Plattformen. M23 unterstützt eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Plattformen, was das Testen von diesen ganzen Kombinationen auch relativ arbeitsaufwendig macht. Es gibt zum einen die Rechner-Architektur-unabhängigen Server-Installationspakete. Also da ist jetzt kein maschinenspezifischer Code drin. Die Pakete könnt ihr quasi unter jedem Debian 9, was jetzt allerdings zum 20.06. ausläuft. Das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Monat noch. Dann gibt es keine Sicherheitsupdates mehr. Also das solltet ihr wirklich jetzt nicht mehr unbedingt weiter betreiben. Also wechselt auf Debian 10 oder 11. Und ja, die Pakete kann man unter Debian 9, 10 und 11 installieren. Und das quasi unabhängig von der jeweiligen CPU-Architektur. Das Ganze läuft jetzt auf PCs mit 32 oder 64-Bit CPU. Ihr könnt natürlich auch exotischere Dinge verwenden, wenn ihr jetzt so ein RISC-V-System haben solltet, beziehungsweise das in QEMO laufen lasst, könnt ihr da drin ein Debian installieren und dann könnt ihr eben auch die M23 Debian-Pakete installieren. Ich habe das mal ausprobiert mit einem MIPS in QEMO. Das hat auch funktioniert. Also diese Pakete könnt ihr quasi unter einem halbwegs aktuellen Debian auch installieren. Neben dem Debian-Original gibt es eben auch noch UCS. Da unterstütze ich jetzt die Version 5.0. Dann gibt es auch noch für Raspberry Pi SD-Karten-Abbilder. Könnt ihr auf eine SD-Karte schreiben. Könnt ihr bei neueren Modellen auch direkt auf einen USB-Stick schreiben oder eine externe SSD. Je nachdem, was ihr damit vorhabt. Und die neuere Variante von dem SD-Karten-Abbild, die basiert jetzt eben auf Debian 11 am 64. Nicht mehr wie vorher auf diesem Raspberry Pi OS. Da hatte ich irgendwie Netzwerkprobleme mit. Habe versucht, das zum Laufen zu kriegen und habe es irgendwann aufgegeben. Also für die neue Variante braucht ihr jetzt einen etwas neueren Raspberry Pi. Bei dem 2er Raspberry Pi, da gab es irgendwann eine Änderung von der CPU. Also es gibt ganz alte mit der Version 2, die bloß 32-bittig sind. Und dann gibt es eben neuere, die 64-bit können. Also ihr solltet da nochmal gucken, wenn ihr so einen 2er Raspberry Pi noch rumliegen habt und das mal ausprobieren wollt, ob der jetzt neu genug ist, dass er eben auch 64-bit kann. Wenn das nicht läuft, wird es höchstwahrscheinlich daran liegen, dass er zu alt ist. Aber ihr habt auch die Variante, dass ihr einfach so ein Debian 11 in der 32-bit-Version nehmt, das installiert und dann die M23-Pakete hinterherholt. Das sollte auch funktionieren. Dann haben wir als weitere Plattform das M23-Server-Installations-ISO. Das basiert auf Debian 11 und 32-bittig. Das läuft also prinzipiell auch noch auf relativ betagten Systemen. Dieses M23-Server-Installations-ISO, das ist quasi die einfache Variante, wenn ihr ja nicht viele Einstellungen machen wollt. Das installiert einfach M23 zusammen mit so einem Debian. Der Installer ist aber nicht sonderlich intelligent. Wenn ihr irgendwelche exotischere Hardware habt oder sonst irgendwas, dann installiert Debian 11 einfach per Hand und installiert die Pakete nach. Ansonsten, wenn ihr keine großen Ansprüche habt und eure Hardware, sagen wir mal, gutmütig ist, dann könnt ihr es auch mit dem Installations-ISO ausprobieren. Dann haben wir auch noch die VirtualBox Appliance. Die installiert ihr einfach unter VirtualBox, indem ihr das Ganze einfach importiert. Das basiert eben auch auf Debian 11 in der 32-Bit-Variante. Die ganzen Downloads, die ich jetzt hier erwähnt habe, die findet ihr über die M23-Community-Seite auf SourceForge. Da steht das drin. Es gibt auch so einen Installationsleitfaden, wie ihr die Pakete auf verschiedenen Plattformen installiert, wie ihr diese Appliance importiert. Und wenn ihr jetzt ein UCS verwendet, dann bekommt ihr M23 über das Univention App Center. Kann aber eventuell noch ein paar Tage dauern, bis das dort auch angekommen ist. Das dauert immer ein bisschen länger. So, das war es dann auch für dieses Mal. Probiert die neue Version aus oder lasst es bleiben. Die Einstiegshürde ist nicht so hoch. Ihr könnt einen Raspberry Pi nehmen, ihr könnt eine virtuelle Maschine nehmen. Probiert es einfach mal aus, ob das was für euch ist. Wenn ihr irgendwie Dienstleistungen braucht, dazu Entwicklung oder Administration, Paketierung, Skripterstellung, was weiß ich, dann, genau, schreibt mir hier. Ansonsten war es das jetzt auch wirklich. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und bis dann, 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 bis